Hey, hey! Ho, ho! Die Occupation is going to go! Das Pro-Palästina-Protestcamp, das seit Montag seine Zelte am Unicampus in Wien aufgeschlagen hat, sorgt weiterhin für Aufregung. Mittlerweile hat sich eine Gegenbewegung gebildet, die lautstark gegen die Dauercamper demonstriert. Die Polizei ist vor Ort und ist bereit, das Camp im Falle von Ausschreitungen zu räumen. Thematisch eingegliedert dürfte die eine Demonstration Pro-Palästina sein und die andere thematisch gegen diese Campus-Zeltbewegung. Wie schaut es denn aus mit einer eventuellen Räumung? Könnte das bevorstehen? Man muss sich immer die Bestimmungen des Versammlungsgesetzes ganz genau anschauen. Im gegenständlichen Fall muss man auch bedenken, ob strafrechtliche Relevanzen vorliegen. Das ist derzeit noch nicht gegeben. Was wären strafrechtliche Relevanzen? Unter anderem natürlich eine Sachbeschädigung oder auch andere Bestimmungen nach dem Strafgesetzbuch. Und sollten gegebenen Umstände auftreten, die ein weiteres Einstreiten fordern, dann werden wir das auch tun. Man kann hier nur öffentlich an den Rektor appellieren. Das Campieren in Parkanlagen ist in Wien ja verboten. Und wenn ich mir vorstelle, welche Kosten die Universität durch die kaputte Wiese dann auch noch haben wird, dann wäre es höchste Zeit, da Uni und ÖH das alle verurteilen, dass der Rektor endlich tätig wird und den Leuten, die da studieren wollen und da durchgehen wollen zu ihren Instituten, eben Freiraum schafft. Also ich finde, dass dieses Camp hier nichts zu suchen hat. Ich fühle mich persönlich auch davon bedroht einfach. Was mache ich in einer Lehrveranstaltung, wenn es dunkel ist und die lungern hier rum mit ihren Parolen, Judenhasser, Israelhasser, das gehört nicht hierher. Also ich finde, dass der Rektor ist, dass der Rektor ist, dass der Rektor ist, dass der Rektor ist und der Rektor ist.